Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Endlich sprechen wir wieder über ein UFC-Event. Lasst vorher aber gerne einen Daumen nach oben bei YouTube da oder gerne natürlich auch eine Bewertung bei iTunes oder auch ein Follow bei Spotify. Aber heute sprechen wir mal über Max Holloway vs. Calvin Cater. Einen Monat lang habe ich gewartet, bis ich endlich wieder über ein UFC-Event sprechen konnte. Nun war es soweit und natürlich stellten wir uns im Vorfeld die Frage, wie gut werden diese Kämpfe sein? Die erste Überraschung war für einige wahrscheinlich, dass wir Zuschauer gesehen haben in der Halle. Das fand ich ganz cool. Wir hatten das beim Boxen. Canelo hat vor Zuschauern geboxt zum Beispiel oder Ryan Garcia auch. Nun eben auch bei der UFC. Die Fans werden auch bei Conor McGregor vs. Dustin Paul Ray dabei sein. Und nun kam es eben bei dieser Fight Night zu einigen Highlights. Jetzt zuerst eine nicht so geile Nachricht. In den Prelims hatten wir David Zavada gegen Ramazan Emeev. Und David Zavada hat leider via Split-Decision verloren. Schade. Er sah wirklich gut aus in meinen Augen, hat diesen Kampf gut gemacht. Split-Decisions sind immer ärgerlich. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man über das Ergebnis auf jeden Fall diskutieren kann. Ramazan Emeev hat demnach jetzt zum zweiten Mal gegen einen deutschen Kämpfer gewonnen. Zuerst gegen Niklas Stolze, jetzt gegen David Zavada. Schade, aber was soll's. So ist das Fight Game nun mal, würde man sagen. Dann kommen wir auch mal zur Main Card. Und hier muss man natürlich sagen, die ersten drei Kämpfe waren alles Finishes in der ersten Runde. Natürlich Wahnsinn. Vor allem der Knockout von Alessio Di Chirico vs. Joaquim Buckley. Das war ein brutaler Knockout mit dem Kick. Und prinzipiell denke ich, hatten wir wirklich sehr, sehr geile Fights. Schade, dass Santiago Ponsenibio ausgenockt worden ist. Bei einem offenen Schlagabtausch, da gab es ein kleines Hin und Her und plötzlich Fieler zu Boden. Aber ich habe in Ponsenibio einen der Top-Contender im Welterweight gesehen. Er hatte einen Rekord von 27 zu 3, vor allem 2017 und 2016 war er sehr, sehr aktiv. Hatte aber seit 2018, da hatte er nur einen Kampf und dann hatte er eben eine Pause. Bis jetzt, 2018 hatte er vorher zuletzt gekämpft. Schade. Im Co-Main-Event lieferten sich zwei Legenden eine Schlacht. Carlos Connett und Matt Brown. Guter Fight. Connett, ja, das war sein letzter Fight in diesem UFC-Vertrag. Und natürlich stellen wir uns die Frage, ob er nochmal kämpfen wird. Das weiß man aktuell nicht. Nichtsdestotrotz hat Carlos Connett mit dieser Performance, sollte er aufhören, natürlich eine Glanzleistung hingelegt. Sah sehr, sehr gut aus. Beides sind UFC-Legenden und auch der Natural-Born-Killer Carlos Connett darf irgendwann in den Ruhestand reiten. Aber das Highlight, das absolute Highlight war das Main-Event. Wir reden hier von 700 Schlägen. Wir reden hier davon, dass Max Holloway fast seinen eigenen Rekord gebrochen hat, aber ihn nicht brechen konnte, damit aber auf Platz 2 gelandet ist. 700 Treffer haben wir in diesem Kampf gesehen. Ich spreche dabei nicht vom Kampf des Jahres, einfach aus dem Grund, dass das eine sehr eindeutige Sache war und eine sehr einseitige Sache. Holloway vs. Ortega war auch nicht der Kampf des Jahres, aber Holloway hat gegen Ortega vermutlich eine der Performances des Jahres hingelegt. Und das hat Holloway eben auch gegen Calvin Cater gemacht. Ich war ein bisschen überrascht, wie viel Druck Holloway gemacht hat, aber ich war auch davon überrascht, wie viel Druck Holloway immer noch in der 5. Runde machen konnte. Holloway ein bisschen aggressiver als sonst, hatte ich das Gefühl. Viel, viel mehr Volumen als sonst. Und Holloway hat hier direkt von Beginn an losgelegt. Wahnsinn, dass Calvin Cater nicht zu Boden gefallen ist. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Und Wahnsinn, dass man den Kampf nicht abgebrochen hat. Das war ein so einseitiges Ding. Hoffentlich sehen wir jetzt Max Holloway gegen den Sieger aus, Volkanovski gegen Ortega. Die beiden sollen ja scheinbar bei UFC 260 gegeneinander kämpfen, also Ortega und Volkanovski. Übrigens ebenfalls Stipe vs. Nganu. Der Pay-Per-View wird, glaube ich, am 27. März oder 28. März stattfinden. Also UFC 260 mit zwei Titelfights. Federgewicht und Schwergewicht. Und die Frage ist natürlich, gibt man Holloway jetzt diesen Gürtel? Oder den Titelkampf besser gesagt? Ich denke schon. Holloway hat sich mit dieser Performance qualifiziert. Den muss man nicht noch gegen jemand anders sehen. Holloway, der ist hungrig. Der schnappt sich den Gürtel nochmal, denke ich. Ja. Wir haben Mittwoch. Die nächste UFC Fight Night. Da wird es allerdings ein kleines bisschen ruhiger. Denn klar, die Leute müssen ein bisschen Energie tanken. Bevor sie dann Conor McGregor vs. Dustin Paul reserviert bekommen. Wir haben im Main-Event Michael Chiesa gegen Neil Magny. Wir haben im Co-Main-Event Wally Alves gegen Munir Lazes. Dann haben wir ebenfalls auf der Main-Cart. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt wahrscheinlich ein Fragezeichen über dem Kopf haben. Aber nichtsdestotrotz sind das die Kämpfe auf der Main-Cart. Umano Magomedov, der Cousin, meine ich, von Khabib, ist in den Prelims. Und ja, das ist eine solide Fight Night. Nicht mit den größten Namen drauf. Das muss man auch dazu sagen. Ich denke, die wenigsten werden ein Großteil der Kämpfe überhaupt kennen, die da kämpfen werden. Aber nichtsdestotrotz. Roxanne Modaferry hat eine spannende Karriere hinter sich. 25 zu 17 ist ihr Rekord. Gewinnt mal Kämpfe, verliert dann wieder. Und gewinnt dann Kämpfe, von denen man ausgeht, dass sie die verliert. Und Michael Chiesa und Neil Magny. Ja, kann man so lassen. Klar, ist jetzt kein Schimaf gegen Edwards. Den Kampf hätten wir eigentlich sehen sollen. Aber was soll's. Auf jeden Fall freuen wir uns. Keine Sorge. Die McGregor-Prognose, die wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben. In der Fight Week, wenn wir mitten in der Fight Week drin sind. Ich wünsche euch heute auf jeden Fall erstmal einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das hört. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Follows und Bewertungen natürlich auch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir über Conor McGregor vs. Pauli sprechen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 485-EDG. Bis dahin, macht's気. 别 Herdolfer. Baby McHorhal. Bis dahin. Bis dahin,晚上. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.